Wie hat sich in den letzten zehn Jahren die Besetzung von Frauen in Führungspositionen entwickelt? Ich denke, das ist ein absoluter Trend im Moment. Manchmal fast schon ein Hype. Sie haben kaum eine Organisation, keine nennenswerten Organisationen, die sich nicht mit dem Thema sehr ernsthaft auseinandersetzen. Börsennotierende Unternehmen müssen das teilweise schon oder haben zumindest den Eindruck, dass sie es müssen. Es wird permanent auch publiziert darüber, es wird viel getan und man hat schon den Eindruck, dass auch ein ernsthaftes Interesse daran besteht und es auch durchaus sinnhafte Ansätze gibt. Man muss immer aufpassen, dass das Pendeln nicht von einem Extrem ins andere schwingt, aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, der auch tatsächlich was verändern kann in Unternehmenssituationen und Unternehmenskulturen. Welche Stärken und Schwächen sehen Sie im Vergleich von Männern und Frauen auf Manager-Ebene? Es ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Man muss aus meiner Sicht sehr aufpassen, dass man nicht in so klassische Stereotype verfällt. Dennoch denke ich, dass Frauen große Stärken haben auf der emotionalen Intelligenzseite, so diese EQ-Seite, die immer wieder beschworen wird und die sicherlich in der Realität in der Vergangenheit bei der Entscheidung für Führungskräfte immer eher zu kurz gekommen ist. Da ist lange und immer wieder darüber geredet worden, aber die Frage ist, wie ernsthaft wurde das Thema auch wirklich fokussiert, wenn Entscheidungen getroffen worden sind. Da können Frauen meistens einen ganz anderen und deutlich besseren Beitrag leisten, also im Schnitt gesprochen, als Männer. Und manchmal hilft auch einfach, die Zusammensetzung einer Gruppe zu verändern, um die Dynamik einer Gruppe zu verändern. Und mit Gruppe kann man auch ein Unternehmen bezeichnen, wenn sie es soziologisch definieren wollen. Das heißt, sie schaffen einfach andere Kulturen. Führungskraft ist ja sehr, sehr stark erstmal fachlich vordefiniert. Das heißt, es gibt ganz klare fachliche Anforderungen, die eine Führungskraft erfüllen muss. Was ist eine Führungskraft? Was ist eine Führungskraft? Eine Führungskraft ist tendenziell ein Mitarbeiter, der einen erfolgskritischen Beitrag zum Unternehmen leistet. Das hat einen hohen fachlichen Anspruch zunächst einmal. Die persönlichen Aspekte sind wie immer viel schwieriger zu greifen und zu definieren und zu fassen, weil es weiche Aspekte sind und qualitativ wahrgenommen werden und auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Das Charisma ist ein klassischer Begriff. Wenn Sie zehn Leute fragen, was ist Charisma, dann kriegen Sie wahrscheinlich mindestens zehn Antworten. Und dennoch würden alle Beteiligten sich wahrscheinlich einig sein, wenn ihnen eine charismatische Persönlichkeit gegenübersteht. Welche Tipps geben Sie Recruitern, damit diese die richtigen Führungskräfte auswählen? Schlüsselerfolgsfaktoren sind grundsätzlich, wenn man Top-Leute von außen gewinnen will, sind grundsätzlich das Thema auch entsprechend ernst zu nehmen. Und zwar von der Top-Management-Seite entsprechend ernst zu nehmen. Es wird immer noch sehr oft ausgelagert in die Personalabteilung. Da ist vieles auch gut aufgehoben. Nur es muss das Top-Management involviert sein, wenn es um unternehmenskritische Erfolgsfaktoren geht. Und Top-Führungskräfte sind unternehmenskritische Erfolgsfaktoren.